Diversity ist für mich deshalb so wichtig, weil ich selbst schwul bin. Ich bin 40 Jahre alt und wie ich aufgewachsen bin, das war nicht immer ganz einfach für mich. Man könnte auch sagen, mit den ganzen Steinen, die mir zugeworfen worden sind, könnt ihr ein Schloss bauen. Alter, Geschlecht, Farbe, Religion, Liebe. Sprache schafft Realität. Das bedeutet ganz konkret eben, dass die Sprache uns sehr beeinflusst in diesem Thema. Man muss ein positives Mindset dazu schaffen. Ich bin Führungskraft in der Raifersen Landesbank Oberösterreich. Diversity im Thema Führung bedeutet für mich, dass ich eine Vorbildfunktion für meine Mitarbeiter habe. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt einen ganzen Regenbogen mit all seinen Farben. Und wir gemeinsam können das Leben bunt machen.